Einer, der auch mit dem Kahn der guten Laune musikalisch unterwegs war, ist eigentlich ein Mann der Berge. Also eine Landratte. Gemeint ist der Caruso der Berge. Rudi Giovannini. Und gewünscht haben sich den Birgit Wels aus Schwedt, Peter Ulich aus Galenz und Cecil Brands aus Kronzdorf in Luxemburg. Die haben uns geschrieben und Sie sollten es Ihnen nachmachen. Wen möchten Sie gerne wiedersehen? Schicken Sie uns Ihre Wünsche. Und hier ist er jetzt, der Caruso der Berge mit Einmal um die ganze Welt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, Das man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Wenn man nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wer das Leben leist. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, Dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, Dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt.